Und damit Willkommen zurück hier bei Civilization 5 mit unseren Griechen. So, 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 so. Äh, ja, der Krieg hier unten, Japan vs. Korea, respektive Korea vs. Japan, je nachdem, da schauen wir hier am Gewinn, das aktuell sieht ja stark für Japan ganz gut aus. Äh, Langschwertkämpfer, ja, gegen Kyoto, null Chancen, würde ich das sagen. Oben, Yerewan schon eingenommen, ist halt so die Frage. Ha, ein großer Ingenieur geboren, okay, äh, interessant ist so die Frage, Yerewan zurück zu erobern. Ähm, ähm, wieder einen Stadtstaat draus zu machen, das bringt natürlich viel Einfluss, äh, in Yerewan und natürlich auch bei all den anderen. Ähm, außer Japan, wer hätt's gedacht? Außer Japan, Japan würde das nicht so toll finden. In Kaland, Österreich, Freunde, der Bukarester Stadtstaat schaut sich andersweitig um. Ähm, äh, Freundeserklärung mit Kadago ist abgelaufen, Gold, das Zeitalter ist weg. Wir haben einen Ingenieuren. Ähm, gib mir mal den Knaben her. Ich würde den auf Auswohnen gerne setzen und hier ihn mal weiter jagen, ne? Ein Sägewerk, ist ja ganz klar. Sägewerk. Ja, ich würde fast sagen, wir machen hier oben ein bisschen Stunk. Hier, du bist eigentlich ganz gut unterwegs. Der Scout. Warum bist du eigentlich nochmal im Wasser? Ich glaube, weil ich an Land nirgendwo gut untergekommen bin. Okay, da kriegen wir zumindest das Team weg. Und danach setzen wir auch die Team Bock hier oben hin. Erhöhte Reichweite und so, dann dürft ihr heilen. Nächste Runde. Mist, jetzt hab ich da verpasst, was da war. Irgendwas mit Leuchtturm. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Warum wollen die auch einen Leuchtturm? So, ich hoffe nur, dass mein Fracht... Da ist er. Mhm. Eine neue Einheit von Sophia haben wir erhalten. Ja, ich will die hier gleich haben. Mhm. Genau, genau, genau. Das wird ein kleines Problem. Den kann ich vergessen, den Frachter. Erst aufbauen, ist ja klar. Nein, jetzt dürfen die noch nicht... Oh, dürfen noch nicht mal schießen. Ja gut, den Frachter kann ich vergessen. Ach so, das Schiff ist... Ne. Da ist es. Okay. Trotz alledem viel zu weit weg. Okay, ein Frachter werden wir einbüßen. Und alle arbeiten... Und alle arbeiten... Ähm... Ja, alle arbeiten an diesem tollen Projekt dort unten. Ja, das Blöde ist... Ich werde den so einfach wahrscheinlich gar nicht kriegen. Was haben wir denn gekriegt? Wir haben Picanieres gekriegt. Ja, meinetwegen, wir setzen sie mal da hin. Das ist jetzt nicht so tragisch. Fernkämpfer werden wir jetzt lieber. Muss ich offen und ehrlich dazu sagen. So, ihr kommt doch da hoffentlich irgendwo mal wieder an Land ran. Ähm... Heilen, ihr baut mir hier nix auf. Pfff... 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 Haben wir da irgendwo noch eine freie Fläche, wo ich jetzt sagen könnte? Ja, da könnten wir was Schönes bauen. Dürften wir uns was kaufen? Ja. Nix gescheites. Okay. In Korinth. Können wir uns das Feld kaufen? Und das da... Machen wir das so. So, dann geht ihr natürlich hier hin. Braucht ein paar Runden. Das ist ein bisschen tragisch, aber okay. So, was... Was war noch? Das war nur von Sophie. Ah! Schafe waren dort okay. Doch recht gesehen. Ja, ich hab... Ich war der Meinung, da oben sind die Schafe. Ja, ist in Ordnung. Ihr seid zwar im Krieg und nicht so nett, aber egal. Einen großen Schriftsteller in fünf Runden. Und dann können wir mal nachschauen, welchen Stadtstaat wir uns noch holen. Lüser. Nicht Lüser, aber... Ähm... Gute Frage. La Haza. Na, La Haza ist auch nicht so richtig. Ähm... Kabul hat Zitronen. Oder wie Zitronen? Handelsweg wurde geplündert. Eine Stadt kann ich ihn angreifen. Wo zum Geier kommt ihr denn her? Ja, gut. Jetzt ist es egal. Können wir was so machen. Damit kriegen wir es fast weg. Dann müssen die hier... den Rest erledigen. Wo kommt dann die denn her? Da war doch kein Transportschiff, oder? Hm. Ja, ein bisschen mehr Marine wäre vielleicht wirklich nicht verkehrt, sobald diese... diese Weltausstellung da vorbei ist. So, Queen, Mom, komm mal her. Äh, Handeln. Geh' vor. Ja, ja, wie wär's? Das ist ne... Ich bege' dir Pardon? Nicht? Würdest du dich interessiert in einem Tradesagreement mit England? Nee, nee, das kannst du knicken. Nee. Ist ja blöd. Geht einfach mal dahin, und dann halt... sprechen dahin. Bleibt ja nichts anderes über. Dieser Bautrupp ist auch schon fertig. Die Schafe hab' ich nicht kaufen dürfen. Schade, Korinth. Darfst du's sich auch nicht fühlen. so die frage habe ich hier oben jetzt noch was interessantes eigentlich an schwierig will die felder hier unten halt gerne bei für wissenschaftler ingenieure ja ausruhen was bleibt mir über eine breitchaft weiter rauf ich meine du bist ja schon gut dann für dort oben ihr haltet die stellung 39 prozent ist schon abgeschlossen okay die frage wer ist an der spitze japan warum sind dann gerade die koreaner da rein wenn japan an der reihe war jetzt polynesien obwohl wir hier immer noch bei japan und korea sind ich glaube dass da unten stimmt nicht so ganz oder die animation ziehen sich noch nach das kann auch sein würde man japan wird natürlich hier durch diesen krieg ein bisschen eingebremst wobei hallöchen haben die viel daten schildkröten schiff oh platz eins viel gold super architektur porzellanturm ja dann kann ich leider noch nichts mit anfangen ja neben werde ich ein bisschen hinterher fahren müssen so du gehst jetzt definitiv hier ruf ist ja klar du wirst doch etwas brauchen um dort zu sein mal letter ist bankrott warte mal warte mal warte mal japan fordert tribut von eines meiner stadtstaaten ich bin halt gerade am überlegen ob ich den schutzverbrechen schutzverbrechen ja schutzversprechen machen soll allerdings das kann halt einer auch unter umständen ich sehe ihr bewundert meinen neuen damast soll keiner sagen ich sei eine ungerechte frau ja ja nehmen wir treffen wir an ich muss halt ja 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 ähm 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 noch 25 runden ja ich muss ein bisschen gucken wenn ich mit den leuten handel ähm wir haben ja zwei spione im einsatz und das was ich ja vorschlage trifft ja nicht überall auf begeisterung muss ich natürlich ein bisschen dafür sorgen dass sie auch für mich stimmen nochmal gucken ich will mir natürlich so viel zeit lassen wie möglich erst kurz vor den wahlen die leute dazu zu bringen das zu stimmen was ich will ich will das jetzt machen wie viel kakao habe ich 2 ja ich muss mir halt auch ein bisschen was an luxus ressourcen überweiten weil aktuell warme baumwolle und kakao ich habe hier nichts über so teuer das wird dann teuer ja aber leute von meiner sache zu überzeugen das sollte dann schon gehen irgendwie gut einmal wolle kriegen wir noch dazu ja 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 schwierig wir haben noch zeit 25 runden 24 25 ich bleib dir auf den fersen du ratte äh ansonsten bereitschaft so schauen wir mal da oh 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 ein neues naturwunder oder das ist aber nicht schlecht zwei nahrung eine produktion ein gold und zwei wissenschaft vor allem das ist glaube ich sogar ein geteiltes weltwunder da müsste genau nochmal eins kommen hm und man könnte es tatsächlich äh in eine sackgasse hier geraten boah mhm er baut das rote vor die koreaner brauche ich nicht habe ich kein Interesse dran bleibt übrigens mal das zu hebel ein ja meinetwegen komm ich glaube das mit korea wird hier so ein Stellungskrieg werden es ist halt äußerst schwierig nur ein paar kampfeinheiten hier so eine stadt zu nehmen ähm vor allem wenn sie halt auch noch die ja ist schön vor allem wenn sie hier die große mauer haben dann dürfen die truppen eh nur ein feld weit gehen dann muss das es sind alle froh dass man mit japan hier befreundet ist oh ok obwohl sie ihre wagen genommen haben interessant werden noch gerne gesehen oh ist mir doch gar nicht aufgefallen hier unten japan vier städte ich glaube korea wird da einpacken können so ha ha ähm toll super das hätte ich hier gerne mal ein bisschen näher beobachtet ich könnte hier tatsächlich eine stadt machen darauf na super die stadt hätte gar nichts ja gut mit davon ein bisschen profitieren aber das bringt es ja auch ah ich könnte ja durch was ist hier ähm budapest sucht ihn was toren ähm korea das natürlich nicht so toll finde dass wir hier mit den japanern gut homies sind ne oh oh ja die werden hier einfach weg geschnetzen ne na gut ok solange korea so angreift bringen das gar nix also weniger als gar nix dann bringt das höchstens japan was dass japan sagen kann hey wir haben ein paar koreaner ähm die dann mähen können was hatten die die hatten auch wieder ein ja kultur ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr kultur nehmen ah nein ich wollte gerade sagen ich könnte das schiff mit achtenkracht behalten äh ich könnte das schiff wirklich mit achtenkracht behalten eine weide und ihr macht mir hierüber ein sägewerk ja was mache ich jetzt mit euch ja ich könnte euch runter locken das wäre so das einzige die schokolade wirtschaft die ich schon ich glaube ich hatte noch niemals so viel nichts für meine leidlich zu tun ok du machst mir ein ähm ja beschreib du mal wie viel kultur hat das jetzt gebracht das habe ich leider da oben nicht aufgepasst ich glaube wir waren bei 16 runden und jetzt haben wir noch 7 oh gab schon einiges an kultur ähm ich werde es nie lernen hey links nicht rechts klicken um das nächste zu bekommen rechts ist gleich weg ok das war es für die koreaner mhm hm mhm und zwar das äh kann ja nur ähm religiös sein ne na galiers jam sieht sauber aus soweit. Ah, die haben das Mausoleum gebaut. Okay. Ich bin gerade mal belegen. Aha! Oh! Oh! Okay. Dass ich mit so einem großen Vorsprung abgeschlossen habe, hätte ich nie gedacht. Also ich habe mich in den Top 3 gesehen, aber dass ich Platz 1 habe... Nee. Also das überrascht mich gerade gewaltig. Okay. Ja, mach mit, Kyoto. Da drüben sind wir einigermaßen Safety. In Korinth hätte ich jetzt gerne. Ja, definitiv eine Kavelle. Definitiv. Dann hätte ich in Sparta allerdings auch und Freibäuter. Dann gibt mir ein Freibäuter. Und in Athen... Machen wir mal meine Musikergilde. Bringen würde es mir nur was, wenn ich Leute dort reinbringe. Und aktuell habe ich nur in den Fabriken wen. Ich sollte das vielleicht mal umstellen, ne? Was bräuchte ich denn da drin? Hauptsächlich Geld oder Wissenschaft? Wissenschaft wäre halt verdammt nicht schlecht. Aber das war so. Ähm... Ja. Dann hätte ich gerne... Boah... Kriege ich zumindest ein bisschen was dazu. Oh... Schundemarie... Ja... Ich denke mal... Früher oder später wird es nicht verkehrt sein. Bin ich damit zufrieden? Ich bin damit zufrieden. Ähm... Ein Sägewerk? Flieht weiter. Die Feinde folgen mir nicht. Und dran denken, ich habe noch eine Handelsgutel offen, ne? Ich könnte sie auch über Land machen. Kriege ich noch nicht so viel, ne? Eine Politik einfügen. Griechische Freiheit. Sechs Einheiten benötigen keine. Wir würden gleich Fremdlegionen kriegen. Lokale Zufriedenheit. Wassermühlen. Krankenhaus. Medizinisches Labor. Haben wir noch nicht. Städte? Nein. Spezialisten in Städten generieren nur halb so viel Unzufriedenheit. Goldener Zeitalter 50% länger. Wartzeichen und Modernisierung großer Persönlichkeiten. Ähm... Pa, 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 pa. 15% Produktion beim Bau von Militäreinheiten. Plus 15% Einfluss von Militäreinheiten. Geschenken anstatt Staaten. Ähm... Ja, später nutzt mir das da oben am meisten. Aktuell würde ich eher das hier nehmen, weil wir haben in Sparta, ja, ein paar Spezialisten. Da unten ist ja das Wichtige. Man, danach will ich ja eh auf, 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 äh, Dingens gehen. Dingenskirchen. Äh, hier Wirtschaft. Mehr Geld ist nie verkehrt. Und wir werden es brauchen. Wir werden es wirklich brauchen. Genau. Der Vatikanstaat sucht keine Investoren mehr. Und Budapest ist... Und Budapest und Polonese sind nicht mehr verbindet. Und die wollen Goldgeschenke. Ähm... Warum sagt mir das denn keiner? Ah... Hören Sie mir! So, jetzt kann ich das weg. Toll, super. Da waren jetzt gerade vier. Also Nummer eins dazugekommen. Ist ja auch super. Ja, ja, ja. So langsam aber sicher könnte es mir gefallen. Warte mal. Ich will da rüber. Ähm... Dass wir Freundschaftsbeziehungen zur Polonese... Ja, ist ja toll. Ah, doch. Gehört mir. Okay. Dann... Wären nur noch... Kalam... Oh... Hongkong... Die hier... Da fehlen noch viele. Kabul. Kabul wollte Zitronen, ne? Habe ich aber nicht. Ich bin dran. Das ist schön. Du fährst da runter und darfst dich dann immer heilen. Du, mein Freund. Fährst da hin. Wir müssen diese beiden Schiffe ausräuchern. Ehe ich da eine weitere Handelsrute wieder mache mit meinen Frachtern hier. Das geht ja gar nicht. Ich nehme mal an, hier werden sich noch ein paar verstecken. Und da wird aber noch mal einer drinnen sein. Ansonsten vielleicht... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass da noch einer dazwischen steckt. Hier wird auf jeden Fall noch einer sein, ne? Ich könnte es ja mal zählen, wenn ich nicht so faul wäre. Jerusalem. Was ist hier oben? Keine Ahnung. Hm. Die Barbaren. Ich, ich, ich. Oh, super. Die nächste Politik. Jetzt müssen wir wieder eine Stufe 1 nehmen. Ja, durch jedes große Werk. Wir haben keine. Konsum, ja, ich meine, damit wäre natürlich, ähm, nicht schlecht. Sparta würde halt gut wachsen, ja? Ich meine, 5, ich glaube, es sind 5 Spezialisten, wo da drin sind. Und plus 2, wo noch dazukommen. 7 dann halt so. Das wäre halt auch... Ja. Schwierig. Das ist da unten halt auch gut. Aber wir haben... Wir nehmen das. Wir nehmen das. Wir können ja immer noch dann Sachen nehmen, die wir gut gebrauchen können. Ähm... Pff. Bleib einfach mal da oben. So, mein Freund. Du hier durch. Das wird Hongkong jetzt nicht so gefallen. Vor allem, weil das da hier schon wieder, ähm... Immer noch England ist. Das ist schlecht. Ich muss mal also wieder raus aus Hongkong. Krieg mit Budapest. Ah ja. Müssen wir... Noch... Mal... Ähm... Ähm... Krieg mit Budapest? Ja, nicht, dass ich da mit irgendjemandem gerade da... Ich lese das schon richtig, ja? Ja, 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 ja. Mit Kabul und Hongkong. Aber warum? Warum? Ohne... Ohne Verbündeten sind die für normalerweise nicht im Krieg, die Stadtstaaten. Außer wenn sie jetzt auf ihr eigenes Territorium kommen als Feindliche. Ja, wenn hier... Wenn die jetzt mal so nehmen, wenn die jetzt ihre... Die von Chicota hier oben nach Valletta reingehen würden, dann würden die Vallettaner die hier angreifen. Also, die müssten einfach nur da reinstellen. Dann wäre das soweit. Aber für normal nicht. So, aber kann das sein, dass die... Ach so. Kann es sein, dass die Runden unendlich lange dauern? Ja, man sollte vielleicht die Runde abschließen. Dann würden die nicht so unendlich lange dauern. Mann, manchmal bin ich aber echt so klug. Und da werden wir das Schiff noch finden. Dann werden wir das töten. Könnt aber auch den... Na gut, freibeuten. Wir werden noch ein paar Schiffe finden von den Barbaren, denke ich. So schnell geben die dich auf. Trotz alledem dauern die Runden ewig. Sehr schön. Das Auto ist auch noch 50% länger. Ach halt, du reparierst, du bist uninteressant. Das gibt es doch gar nicht. Wo sind die so Barbaren? Ja, ihr geht hier mal raus. Hat dem Einfluss nicht so viel getan, wie er dacht. Wir könnten da mal gucken. Meist ist... Gold. Ja, dann kriege ich eh nur die. Okay. Ja, darum sind eigentlich Frachter tausendmal besser. Nichts zur Runde. Nichts zu tun. Was kriegen wir denn da? Einen großen Ingenieur. Rotos Form ist gebaut. Ha, ha, ha. Ha, nee. Pass mal auf. Wir machen das anders. Das ist da. Du bekommst. Das ist da. Und. Ähm. Genau, die Kunstfinanzierung ist von B. Da machst du ja. Vorschlag? Passt. So, also er stimmt jetzt für das, was ich haben. Möchte. Das war doch das, was ich gemacht habe, oder? Sage es mir, dass es das ist, was ich gemacht habe. Nein, das wollte ich nicht. Anokra Schavdi. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Ähm, ähm, äh. Gib mal her unsere, nein, Handelsverlauf. Nein, das wollte ich nicht. Weltpolitik, Diplomatie. Gib mir mein, gib mir dieses blöde Ding. Ich sehe es doch da oben. Ist das Marianne Josef. Ja, es gibt Tage, an denen wir nicht blöde. Und dann gibt es die Tage, wie heute. Ach, ich baue die Musiker-Gilde gar nicht in Sparta. Fällt mir gerade ein. Ha, 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 ha. Äh, ich bin so... Mh, blöd. Moment, ich kriege hier auch schon den Ingenieur? Ja, ja, dann würde ich sagen, gehst du dahin. Äh, ja, du bleibst weiterhin auf Bereitschaft. Du fährst mal so. Ich liebe es. Ich liebe es für die Pest, wenn die Barbaren verschwinden. Na gut, wir laufen jetzt mal da lang. Ähm... Ja, die wollen derzeit nichts Interessantes haben. Eine neue Einheit von Hormuz. Das waren die. Ich habe den Ingenieuren von denen bekommen. Kann das sein? Weil hier ist ja nichts Neues. Ich kriege große Persönlichkeiten von denen. Nicht schlecht. Okay. Oder? Irre ich mich da? Ich irre mich wahrscheinlich. Ich muss mich irren. Anders kann es nicht sein. Ha, die Kohle wäre nicht schlecht, ne? Aber, ähm... Schwierig daran zu kommen, ne? Können wir das nächste Mal gucken, ob wir das schaffen. Denn für dieses Mal soll es das auch schon wieder gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Baba. Daaah. 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 Daaah.